hallo und herzlich willkommen da sind wir wieder die quest ist fertig nach einer halben stunde fast und machen wir dann weiter gleich die nächste quest kürbisbomben haben wir jetzt und jetzt haben wir alles was wir brauchen die kosten 40 auch so ich halte mich jetzt einfach weiter meine strategie erst mal sobald die zombies die zweite reihe überquert haben werde ich ein braun jetzt guck mal wie haben wir 15 haben wir jetzt hätten wir ein theoretisch 40 zack zack über einsetzen so ok dann setzen wir hier immer ein so zack zack jawohl so er wird jetzt knapper aber den sollte er auch schaffen so ok da setzen wir zu vorderen wir haben schon eine energie noch schafft er den ja sehr gut ich setze hier noch ein ich finde blöd dass dieses overlay da ein bisschen im weg ist so ok so als nächstes werde ich verlangsame setzen und zwar erstmal hier und wieder ein davon lol so ein hund dann hier so den nächsten setze ich dann wieder da wo ein ghoul kommt zack zack setzen wir da wieder ein riesige zombie bälle komm mal machen wir hier gleich mal ein weil der nächste kommt hier hin sehr gut sehr gut da kommen gleich mehrere werde ich oh shit das war jetzt ein fehler äh bumm na komm so machen wir hier in dem wall so machen wir hier in dem wall setzen oh shit die entartung kommt weiter oh shit die entartung kommt weiter ich baue hier dann gleich mal den ball hin nächste reihe hier mit wall oben haben wir ein problem zack machen wir das so hier wall so so und ich glaube es ist jetzt geschafft oder so und dann war hier nehme ich einfach mal eine bombe rein so wo ich würde sagen das war es jetzt und die nächste riesige welle kommt ich hoffe sie kommt auch und die kann ich mich gar nicht mehr erinnern und dann machen wir hier noch einen ball hin und bumm hey wie geht's euch ah lol okay besiegt aufsteher stillwasser den haben wir schon besiegt sonnenblumensamen da hoffe ich erst eine na gut komm das schaffen wir auch noch das schaffen wir auch noch baut ein paar verteidigungsanlagen auf bevor das stillwasser kommt das schaffen wir komm einmal noch dann kriegen wir die sonnenblume die ich schon habe aber da kann ich mal ein team aus sonnenblumen machen das ist ja auch lustig irgendwann mal die schauen übrigens so aus und sind extrem lästig wir hätten damals als wir die quest entdeckt haben dass es die gibt und wir uns im raid ich glaube das war mal auch da waren wir zu dritt oder so und haben wir uns dann diese sonnenblumen geholt und haben dann immer gesungen dann haben wir irgendwann mal ein verbot bekommen ein sonnenblumen verbot weil die immer gesungen haben und lauter blödsinn haben die petz immer draußen und alle fühlten sich gestört so na kommen denn die okay der nächste kommt unten sehr gut dann platze ich hier gleich ein als nächstes wird ein ghoul kommen so 10 klops klops so mache ich jetzt mal nur eine reihe guck mal wie weit der kommt hier haben wir 25 20 da unten ok so ok jetzt haben wir überall die verteidigung so riesige zombie welle kommt wahrscheinlich jetzt gleich probiere meinen wall hier zu bauen und ich fange dort an den wall zu bauen wo ich quasi noch keine ähm froster habe froster ist für alle da wer kennt das noch gibt es das noch bestimmt froster gibt es noch hm ok damit ssss what ok bist du auf dieser linie hier bist du mittlere linie das ist jetzt vielleicht nicht so gut so hm oh was machst du was tut was tut es was tut es äh so na gut ich müsste glaube ich einfach nur den typen besiegen die sau guckt euch die sau an da macht er meine welle einfach weg aber es sollte trotzdem kein problem sein hier zu gewinnen so bumm ok ok auch was habe ich da gerade eingesammelt hier wisst ihr was ich mache das jetzt anders ich mache ihm jetzt einfach suchschaden so nein sammle ich nicht ein drei sekunden noch und dann ist er geschichte hier bumm dann mache ich einfach so den boss weg easy so und ab jetzt ist es eine tägliche quest zack und wir sammeln uns das pet haben eine singende sonnenblume und die packen wir jetzt einfach mal mit in die favoriten weil den haben wir ja jetzt hier also die was wir quasi in diesem playthrough sammeln die sammeln wir jetzt so und die haben wir da rein dass die quest ist ba 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 guck mal hier sind alte graubären bb grb 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 guck mal wie er schmanzelt der freut sich gerade richtig dass er gehen darf ja denn mein kehrenhund geh mal kassi ja hier vielleicht brauchen wir brauchen wir die 5 energie so zu einer kopf doch weiter an jungen humans ich brauche ein ziel ziemlich verarschen also ab und zu frage ich mich in letzter zeit schon was mit dem spiel los ist ja also mir kommt so vor als schleichen sich immer mehr back warum kann ich es ist falsch mit euch kann ich euch nicht looten nicht kürschen an warum kann ich nur euch looten ok habe ich da ein messer bekommen für großen taschenbombe jetzt habe ich euch nicht looten säftiges schirrfleisch warum kann ich euch nicht looten ich habe kein ziel ich bin verbundet und ich bin schon wieder gestorben ich sterb ziemlich oft kommt mir vor tode sechs stück schon und zwar ein durch stürze null durch hocker gut sei dank ertrinken ist bei mir nie möglich das ist gut ich brauche ich dazu bloß wir machen zwei ähm was ok durchschnittliche quests ok keine ahnung also irgendwas stimmt hier nicht es sei denn mir geht ein gegenstand ab mit dem ich das fleisch quasi raus schnippeln muss ok wisst ihr was wir geben die quests hier einfach mal kurz ups warte ich probiere es hier komm schlagen das yeti hier jetzt ob ich hier die bekomme so ohne dass wir hier yeti muss ja ok die bekomme ich warum bekomme ich dann und die kann ich auch heute ok frage warum bekomme ich dann den shit hier nicht warum bekomme ich dann den shit hier nicht oh das ist eine sehr gute frage ich werde hier jetzt einfach mal gleich einen relook machen das macht irgendwie alles keinen sinn das macht alles keinen sinn ist noch nicht bereit so und dass das alles keinen sinn macht das widerstrebt mir deswegen sage ich jetzt tschüss das macht mich immer mal behaupte ich mal ich schätze mal nicht schon folge wieder gut rein in